So, willkommen zum nächsten Mal auf der LP. Äh, ja, wir sind jetzt noch irgendwo mitten in der Wüste, am Arsch der Welt im Prinzip. Deswegen, ähm, bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, äh, was wir jetzt eigentlich gerade machen oder wollten. Doch, ich weiß wieder. Am Arsch der Welt sind wir, glaub ich, gar nicht, oder? Warte mal kurz, Haus, Haus, LP, genau. Äh, okay, ich hab mich schon orientiert. Äh, und zwar sind wir eigentlich auf der Suh nach Quarz. Nach wie vor noch immer. Und wisst ihr was, wir buddeln uns jetzt einfach irgendwie runter. Nicht so wichtig, einfach jetzt irgendwie runter und... Das ist was Wichtiges jetzt erstmal. Einfach runter. Und vielleicht kommen wir dann auch mal zu einer Höhle oder so. Vielleicht. Na, komm. Oh. Okay, irgendwie abgefarmt, schaut es... ähm... ...verhältnismäßig abgefarmt aus, aber... ...schaut vielleicht echt was aus. Ups, boah. Ganze Steuerung, wir so ungewohnt denken wir sogar. Hm. Kurzschauen. Ah, da geht's weiter. Oh, lol, Riss. Aber waren wir da vielleicht schon? Kein Plan. Hm. So. Naja, also eigentlich brauchen wir noch immer Quarz. Da haben wir schon Quarz. Da haben wir schon Quarz. Haben wir sonst irgendwie Quarz? Quarz. Ne, nix ist nur Quarz. Hm. Hm. Nur Quarz eigentlich. Das heißt, Obra an. Vielleicht brauchen wir es wieder oder so. Ich hab keine Ahnung. Lol. Ist vielleicht gut möglich, ja. So. Hm. Hm. Das ist irgendwie, einiges an Krabbisse da und so, aber... Woh, sind Leute Skorpionen. Schwarze sogar. Strange. Ach, meine ganzen Mini Skorpione. Hm. Ja, fäll. eine menschen viel zu low in die vor allem verteilt doppelt wenn man schon so wäre bei denen schon angebracht aber egal lau ist ganze uran ort tag er ist es scheiße es ist ja irgendwie echt so fast ausschließlich schließlich nur krepp und so wird zu treffen das war da echt einiges an krepp traurig nur kratzer war schauen wir nicht so einfach erneut pro märz und nicht mehr norman hatten trocken die strengen leute und befreundet dessen lobel ab dann und verkwärts ist holig kratz die nörder nun kreis weiße ratten die frauen ratten grüner zombies und immer nur kreppel die rohe rata super idee was war das was sie ist der fuck ich glaube waren wir schon schaut zumindest relativ verdächtig so aus da waren wir auch schon drin damit einfach nur kurz hoch also ich schau mal kurz ja ist mir scheiße gerade weil na ja weil es erst mal wieder im prinzip fünf minuten ist verschwendet haben aber egal brauchen wir so noch einiges an quarts ich sehe auch kein quarts deswegen ein bisschen beunruhigender war ich habe übrigens noch mal ein gemodetes pack von sortex installiert also von texture pack ich weiß nicht könnte man einen kommentar schreiben ob es besser ist oder so ob es besser ist oder so ja es ist jetzt zwar nicht ein unterschied weil es nur von maschinen meistens verändert ist und generell von ja von meinem ganzen zeug fliegen wir mal seitlich oder gequert da ist ein rest hoffentlich neue na das ist relativ man es gibt es echt nicht haben gerade so viel pech mit dem quarts das ist relativ man es gibt es nicht haben wir auch schon scheiße das scheint war mir schon überall zum 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 Ja, deswegen geht's für mich scheiße. Riss wäre perfekt, oder... Ja, Mini wäre ziemlich blöd. Wir haben hier aber auch einen... ... ziemlich eigenartigen Spawn, muss man schon mal sagen. Wie eine riesige Insel, irgendwie. Also teilweise. Hier generiert es gerade wieder was Neues. Hm. Da... What the fuck, was ist das hier? Aua. Loi. Stirb. Geht doch. Hm. Irgendein Riss? Na ja, eine Ölquelle... Oh, Leute. What the fuck? What the fuck? Okay. Mission Riss, äh... Riss, Riss, erfolgreich ausgeführt oder so. Äh, da, da, da... Business drin. Mal schauen. Vielleicht reicht's ja. Betonung auf vielleicht. Nur kurz die ganze Höhlen durchscouten. Durchscouten? Das glaube ich. Hm. Boah, mal ganz was trinken. Ich glaube da hinten ist was. Oder... Dias? Ja, wahrscheinlich Dias. Dias. Ja, Dias. Ja, Dias. Juhu. Brauchen wir, weil ich grad nicht. Noch mehr Dias. Ja, gut, okay. Wir brauchen im Prinzip immer Dias, aber... Hm, naja. Zwölf Dias jetzt wieder. Ich glaube er hat noch vor schon fünf oder... Irgendwas was um den Dreh. Hm. Irgendwie... Entweder haben wir schon abgefarmt oder so. Aber kann schon sagen, entweder hat wer anders abgefarmt. Wir sind nur hier allein. Irgendwie ist das scheiße. Wahrscheinlich haben die die Texturen von dem, äh... Dings verändert von... Oh, lol, Öl. Ich hab bisschen was. Äh, von dem Zeug verändert von dem, äh... Äh... Boah, ich stehe auf dem Schlauch, ey. Gehst du rauf? Lol. Ist, äh, geil. Äh, entweder die, die, äh, Texturen vom Quarz verändert und so, oder... Oder... Ja. Keine Ahnung. Ziemlich nervig grad irgendwie, weil... Keine Ahnung. Das ist... Ich find's irgendwie relativ scheiße, dass jetzt hier einfach grad nix ist und... Vor allem ziemlich unlogisch, weil... Wie weit sind wir schon geflogen? Ewig weit. Oh, lol, der Quarz. In der Standardtaxtur. Oh, wie geil. Ah, jetzt muss ich mich jetzt selbst modden und updaten. Hm... Fünf Quarz. Wir brauchen über hundert theoretisch. Oder sogar mehr. Hm, ich überlege grad was. Ah, Leute, jetzt bestimmt mal Quarz. Ja, also Quarz brauchen wir für alle Fälle einiges. aber man mich nervt das gerade irgendwie immer die ganze zeit das quarts farmen und das ist einfach so nervig weil ja irgendwie nix gegen farmen und nix gegen irgendwas bestimmtes farmen jetzt generell aber dass er einfach so wichtig ist dass einfach nicht mehr eine alternative das gibt also keine minimum stone nix einfach kommt auch nix hinter der ding ist meistens irgendwas versteckt hinter röpfe aber das ist auch nix da oben vielleicht kommt aus jahre allo ist so kommen in kurz Kranquatsch das wäre der Ölbüller würde da schon lassen das ist wieder der Rest so so ja okay das ist gerade irgendwie leichte prämieren da war das sind schön so viel ist kurz den ganzen geschwärter einlagern ja es macht keinen sinn wenn man es irgendwie weiter suchen beziehungsweise macht schon sinn aber ich habe jetzt neun quasi zwölf minuten oh leute ist der landhälter ist oder wasser der schall ist irgend ein anderes haus ja und er hat auch einen quatschkart also zumindest ist der quatsch ne glück 3 spitz hat hier jetzt perfekt oder ideal aber haben wir gerade nicht tja hier schuldig mich jetzt noch fach so und dann glücksspitz hat jetzt so Boah. Eigentlich ist das echt scheiße. Manchmal wird extrem umständlich eigentlich. Ich sah jetzt. Die ist firmen. Water. Wo bist du? Okay. Ein paar Quarz-Crystals mit abformen. Wobei man könnte ich auch mal so. Außenrum noch meinen, aber. Ist es nur meistens nichts. Selten nur. Leute, es ist noch mehr Quarz. Na gut, wir finden so ein bisschen Quarz, aber nie so wirklich viel. Und eine Fortune-2-Spitzhacke bringt im Prinzip auch fast nichts. Okay, wir haben dann schon einen halben Stack, bringt vielleicht auch was. Ich brauche noch trotzdem noch was. Ich würde sagen, für heute machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich muss noch bitte ein bisschen was damit weiterarbeiten. Gleich habe ich einen Fleißen Tank und so. Das ist eine Mine. Ja, deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier.